Annie Mangold ist eine österreichische Schauspielerin und Regisseurin. Leben Mangold entstammt einer Künstlerfamilie. Der Vater war Maler. Die Mutter, die der Familie zuliebe auf eine mögliche Karriere als Konzertpianistin verzichtete, gab ihr vom 4. bis zum 14. Lebensjahr Klavierunterricht. Nach ihrer Ausbildung an der Schauspielschule Kraus war Annie Mangold von 1946 bis 1956 am Wiener Theater in der Josefstadt engagiert. Von 1955 bis 1963 unter Gustav Gründgens am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, danach am Düsseldorfer Schauspielhaus unter Karl-Heinz Struh. Nach verschiedenen Engagements in Wien und Deutschland war sie 1972 am Salzburger Mozarteum tätig. Anschließend unterrichtete sie in der Theaterschule Helmut Kraus und am Reinhardt-Seminar und war von 1984 bis 1995 Professorin an der Hochschule für Musikunterstellende Kunst in Wien. Annie Mangold war in über 60 Filmen und 20 TV-Produktionen zu sehen. Am bekanntesten war ihre Rolle als geliebte Desserts in dem Film Hannussen von O. W. Fischer. Sie wirkte auch in mehreren Folgen der Krimiserie Kutt anermittelt mit. Von 1958 bis 1978 war sie mit dem Schauspieler Heinz Reinke verheiratet. Sie lebt heute in Sankt. Leonhard am Horn-Ehrwald Auszeichnungen und Titel 1971 Kainz-Medaille 2000 Kammer-Schauspielerin 2004-2005 Karls-Grau-Preis 2005 Nestreu-Theaterpreis in der Kategorie Beste Nebenrolle 2006 Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien 2009 Großes goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich 2012 Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 2014 Johann Nestreu-Ring der Stadt Bad Eil 2015 Österreichischer Filmpreis für die Beste Schauspielerin 2016 Großer Schauspielpreis 2016 im Rahmen der Diagonale Filmografie 1948 Das andere Leben 1948 Der Engel mit der Posaune 1952 Abenteuer im Schloss 1953 Der Vogelhändler 1953 Der Letzte Walzer 1953 Fia Kameli, Liebling von Wien 1954 Echo der Berge 1955 Hannussen 1955 Ingrid die Geschichte eines Fotomodells 1955 Der falsche Adam 1956 Tierarzt Dr. Tierarzt Dr. Flemmen 1956 Die Erdesdoktor Matt Dunwitz 1956 1956 Ein Herzkehrt Heim 1958 Der Maulkorb 1958 Die Halbzeit 1959 Bobby D. Bobby D.O.D.D. Greift ein 1960 Frau Warens Gewerbe 1960 Aufruhr 1960 Sturm im Wasserglas 1966 Hafenpolizei Der Nerz 1966 Die Hinrichtung 1967 Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn 1970 Der Kommissar Die Kleine Schube Lick 1970 Das Geld liegt auf der Bank 1972 Kinderarzt Dr. Fröhlich 1972 Sie nannten ihn Krambambuli 1973 Hallo Hotelsacher Portier 1974 Tatort Mord im Ministerium 1977 Cotan ermittelt der Geburtstag 1979 Kasbach 1981 Den Tüchtigen gehört die Welt 1981 Der Bockerer 1986 Mit meinen heißen Tränen 1989 Tatort Geld für den Griechen 1994 Kommissarex Der Tod der alten Damen 1995 Before Sunrise 1995 Kommissarex Gefährliche Jagd 1997 Quartingers Wien 1998 Kommissarex Moses Tod 1998 Drei Herren 1999 Tatort Nie wieder Opa 2001 Edelweiß 2001 Blumen für Polt 2002 Wer liebt hat Recht 2002 Ein Hund kam in die Küche 2002 Der Bulle von Tölz der Liebesbahnmörder 2003 Annas Heimkehr 2004 Bauernprinzessin 2004 Kommissarex das Donau-Kokodil 2007 Zodiak der Horoskopmörder 2007 Copacabana 2007 Tatort Familiensache 2008 Nordwand 2008 Anonymer Eine Frau in Berlin 2009 Hinterkaifeck 2009 Romy 2010 Kottern ermittelt Rine V.A. Plus 2010 Tod in Istanbul 2011 Anfang 80 2011 Pilgerfahrt nach Padua 2012 Das Wunder von Mötschling 2013 3096 Tage 2013 Tatort Aus der Tiefe der Zeit 2013 Unhecksch 2014 Der letzte Tanz 2014 Von jetzt an kein Zurück 2014 Der Vampir auf der Couch 2015 Ein Sommer im Burgenland 2015 Landkrimi Der Tote am Teich 2016 100 Mal Frühling Hörspiele 1984 Otto Brusati Die letzten Stunden der Menschheit Regie Otto Brusati